Die Botschaft. Und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer nicht. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheichermatt. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Amat. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weisst, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ich weiss also, was ich zu tun habe. Nun ja, weiss ich eigentlich nicht. Offensichtlich sind wir hier ein paar Jahre später. Ist er auch einen neuen Bonus freigeschmacht. Nein, nicht jetzt. Das fällt zu sehr auf. Was ist denn dieser Bonus? Und was mache ich jetzt hier eigentlich genau? Und was mache ich jetzt hier eigentlich genau? Ganz ruhig, Aiden. Alles okay. Was schaffen wir denn? Für was sind wir hier? Viele Leute. Ich versuche mich hier mal etwas gründlicher umzuschauen. Nein. Es ist die Musik. Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss, aber wir schaffen das schon Ist alles okay? Ja Nein, nein doch nicht ich bin nicht nervös Folge dem Plan, der Rest läuft dann schon, such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch Klar Okay, verstanden Kann ich mit dem anderen Typen hier auch noch sprechen? Das ist doch ein perverser alter Sack Scheint mir zumindest so Okay, jetzt such dir ein Druidys Versteck Ich brauche einen ruhigen Platz Dann gibt es wahrscheinlich nur die Toilette Ich brauche einen ruhigen Platz Nur so zum Spaß Okay Hätte ja sein können Sieht doch gut aus Ganz ruhig Aiden Aiden Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume Dahinter ist ein Safe Die Dokumente, die wir suchen Sind da drin Aber es gibt Wachen und Kameras Also sei vorsichtig verstanden Hä? Wieso sollte man mich Kameras kümmern? Mich sieht man ja gar nicht Mich sieht man ja gar nicht Warte Sorry für die schnelle Umdrehung Ich werde jetzt durchsuchen Wenn hier jemand drin wäre Ist aber leider niemand drin Schnell Aiden Ja, alles gut Es tut so weh, wenn du so weit weg bist Okay Okay Im oberen Stock Sonst kann man hier nichts machen Da ist der Scheiß Oh 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 Aiden Aiden Das ist Wahnsinn Wenn das wer mitkriegt sind wir tot wiederhääh Ich darf doch als Schmerzen Du kannst andere Leute nicht berühren wenn du jemanden kontrollierst Sie macht hier den Moonwalk È cahyd Andere Leute nicht berühren Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten Stopp mit einem Porträt des Scheichs. Und achte auf die Wachen und die Überwachung des Kameras. Alles gut. Die Kameraführung ist etwas irritierend. Eine Wache ist dort. Schauen wir uns mal etwas um. Nur ein Badezimmer. Nichts Spannendes. Stuff only. Darf ich denn hier... Ich komme gar nicht mehr aus dem Körper raus. Interessant. Dort ist eine Kamera. Ist das hier wohl das Büro des Scheichs? Such das Büro mit dem Porträt des Scheichs. Ja, ganz ruhig. Beeil dich. Mir geht es langsam richtig schlecht. Ich muss mir doch etwas Zeit nehmen und alles anschauen. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Such ihn, Eidl. Nur Unterlagen. Ein Schalter. Das war jetzt einfach. Gibt es denn sonst noch etwas, das ich hier anschauen könnte? Ich habe bloß einen Spiegel. Der hat noch ein schönes Büro, finde ich. Das war doch jetzt irgendwie zu einfach. Okay, nicht bewegen. What the fuck? Das sieht nicht so gesund aus. Das sieht nicht so gesund aus. Oh, shit. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Sie hat jetzt die Unterlagen gestorben. Nicht gut. Wir brauchen diese Unterlagen. Du weißt auch immer, wie Sie brauchen, aber wir brauchen sie. Du weißt auch immer, wie Sie brauchen. Wie brauchen Sie? Jodie. Sieht gar nicht gut aus. Jodie, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Die Botschaft. 10% der anderen Spieler haben diese Wege genommen. Mission abgeschlossen, 98%. Man hätte die Mission nicht abschliessen können. Okay. Interessant. Mission abgeschlossen, Besitz ergriffen. 48%. Unentdeckter Weg. 16%. Mission abgeschlossen, nur mit Scheich. Okay. Und mit Scheich. Okay. Musik. 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 Musik.